und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus heute habe ich ein sembo set für euch mitgebracht und ihr seht schon es ist keine originalverpackung dabei das heißt es handelt sich wieder um einen china eigenimport in diesem fall von aliexpress was ihr aber anhand von diesen bilden noch nicht wisst um was es sich hier überhaupt handelt und da könnte ein was aufklären was ich schon wieder leicht kritisieren müsste und zwar der stickerbogen und ich denke anhand dieses stickerbogens könnten schon ein paar leute drauf kommen um was es sich handelt dann haben wir aber natürlich noch ein was was hier in diesem bild fehlt und das ist die anleitung und bei der anleitung seht ihr schon die set nummer 607 114 und es handelt sich dabei um einen rennwagen der doch sehr an ein deutsches modell angelehnt ist würde ich mal behaupten ich packe jetzt auf jeden fall mal die schönen steine tüten zur seite denn über die steine qualität reden wir ja wie immer während des baus und genauso werde ich euch natürlich auch noch etwas über die sticker qualität während des baus erzählen schade dass hier so viel mit stickern und nicht mit prints gelöst wurde aber bei dem preis und zwar habe ich sechs euro dafür bezahlt ist das auf jeden fall vertretbar auch unter diesen punkt fällt die anleitung natürlich wäre mir eine klammer gebundene anleitung oder eine anleitung in heftform lieber hier in diesem fall haben wir aber eine auffalt anleitung und auch hier muss man einfach sagen das ist natürlich für diesen preis auch in ordnung viel wichtiger ist dann dass die darstellung passt und ich würde sagen die druckqualität passt auf jeden fall die papierqualität passt und es ist hier so dass nichts ausgegraut wird es ist ja auch schon alles grau okay war kein guter witz sondern alles weiteren in vollfarbe dargestellt wird und dann die neuen sachen die neu gebaut werden rot umrandet werden oder eben mit pfeilen gekennzeichnet werden die sticker werden während des baus aufgeklebt das finde ich schon mal sehr wichtig ich mag das nicht wenn man erst das fahrzeug komplett fertig baut und dann alles dicker darauf hauen muss und insgesamt haben wir bei dieser anleitung 40 bauschritte es wird also ein eher kleineres set und ich würde sagen wir verlieren gar keine zeit ich fange jetzt an zu bauen und dann sehen wir uns gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns tatsächlich direkt mit dem fertigen set wieder und ohne zwischen bauschritt das liegt an zwei punkten punkt eins ist es ist ein wirklich einfacher bau bei dem es nicht viel zeigenswertes gegeben hätte es sind ja keine super spannenden bautechniken dabei oder irgendwas dass ich unbedingt euch in einem zwischenbauschritt hätte präsentieren müssen das ist ein set zum kopf ausschalten und vor sich hin bauen das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint denn es ist eben ein kleines set für zwischendurch zum entspannen und es war ein wirklich wirklich einfacher bau es gab keine fehler an der anleitung und das hat so vor sich hin geplätschert bis dann das set fertig war und der zweite grund ist dass ich technisch gar kein zwischenvideo hätte aufnehmen können denn ich habe dieses set im stream bei let's bricks gebaut wenn ihr dann mehr über den bau sehen wollt könnt ihr auch gerne in diesen stream reinschauen den findet ihr als aufzeichnung auch noch auf dem let's bricks kanal und dort seht ihr wie das ganze hier gebaut wurde es war auf jeden fall ein sehr schöner stream mein erster stream und es hat richtig spaß gemacht mit den leuten dort zu quatschen und zusammen ein set aufzubauen und damit den abend zu verbringen und in diesem vorwort habe ich euch eigentlich schon fast alles gesagt was es zu dem set zu sagen gibt wir schauen uns natürlich trotzdem noch mal aus der nähe an denn ich muss sagen auch wenn hier natürlich keine lizenz dahinter steht und das ein fahrzeug im sechs noppen also in dem alten speed champions maßstab ist sieht das richtig richtig gut aus ich finde das nicht lizenzierte vorbild in diesem fall ist sehr gut getroffen und das macht sich auch sehr gut neben den sechs noppen speed champions zum beispiel den audi r8 lms und fügt sich dort wirklich tolle ins bild ein wir haben natürlich sehr viele sticker und keine drucke wie gesagt bei diesem preis ist das absolut in ordnung die sticker haben sich gut aufkleben lassen und sehen auch am ende gut aus und sie haben auch bei den stickern den grauton der steine gut getroffen ganz im gegensatz leider zu dem print bei der scheibe denn ja das ist zwar der ein print der in diesem set drin ist also es ist gar nicht ganz richtig dass es keine drucke gibt aber der ist halt zu dünn so dass die schwarze scheibe noch sehr durchschimmert und so passt er leider farblich überhaupt nicht zum rest des fahrzeugs das ist das einzige manko vom aussehen was natürlich sehr sehr schade ist denn dieses set muss gut aussehen weil die meisten werden es sich ins regal stellen wir haben hier keine figur dabei trotzdem könnten wir das dach abnehmen und eine figur reinsetzen das innere ist aber sehr sehr spärlich eingerichtet also das set kommt wirklich über seine außenwirkung und klar man kann mit seinem set natürlich auch spielen aber das einzige spielfeature ist eben dass es rollt man kann damit also gute rennen fahren trotzdem wird dieses set bei den meisten leuten im regal landen und damit haben wir hier ein set das sehr sehr einfach zu bauen war der bau hat aber trotzdem spaß gemacht und es ist eben einfach ein entspannter bau ohne große überraschungen die steine qualität ist wie wir das von sembo gewohnt sind richtig richtig gut und preis leistungsmäßig für sechs bis sieben euro die man für so ein set in die eigenen import bezahlt ist die qualität wirklich überragend die sticker sind natürlich nervig aber den preis geschuldet aber sie sehen wenigstens auf dem fahrzeug gut aus und haben sich auch gut verkleben lassen und man verbaut sie beziehungsweise verklebt sie während des baus was mir immer viel besser gefällt als wenn man es erst komplett fertig baut und dann überall die sticker drauf klatschen muss es sieht am ende sehr gut aus trifft sein vorbild im geiste auch gut das einzige manko im aussehen ist dann leider der scheibenprint der hier farblich sehr stark von den steinen abweicht wenn man aber mit diesem manko hier leben kann dann ist das ein richtig gutes set klar wir haben keine minifiguren dabei man kann es aber trotzdem bespielen und damit rennen fahren genauso gut macht es sich aber auch im regal in einer vitrine oder eben auch zum beispiel in einer sembo garage also ich hatte echt spaß mit dem kleinen set und deshalb gibt es von mir mal wieder für dieses set eine kaufempfehlung und auch für die ganzen kleinen sembo fahrzeuge im china eigenimport ich wurde bisher dort noch nie enttäuscht und deshalb kann ich das ganze wohl mit gutem gewissen weiterempfehlen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen schaut auch gern bei let's bricks vorbei schaut auch gern vielleicht in die stream aufzeichnung rein dann erfahrt ihr nämlich auch um welches set es dann am dienstag gehen wird und spoiler dort werden wir über deutlich problematischere sticker reden als bei diesem set ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick ich bin Bis zum nächsten Mal.